So, hallo Leute, heute zeige ich euch, habe ich rausgesucht? Ja. Diese Real Quality, in der Gießballante in warm-weiß. Und ich habe mir die gekauft, weil normalerweise die, die ich bei Real sehe, sind nur 100, ich glaube 102 Watt oder so. Aber das ist halt eine 85, nee, 86 Watt. Und die Real war früher mal hier Alkopf. Das ist halt von der Eigenmarke, Real Quality, die machen für den Preis gute Dinge. So, dicke Pappe, also auch gute Qualität an der Verpackung her. Hier haben wir die Lampe. Und was ich jetzt noch zu sagen habe, viele Amerikaner sagen ja, sie finden die hier langweilig und finden die andere Form besser. Diese Form. Da haben wir sogar noch, da, diese Form. Aber ich finde diese Form hier besser, weil in der Magica sind die hier sehr, sieht man die hier sehr oft. Und ich habe bis jetzt in Deutschland eher die andere von gesehen. Deswegen finde ich das ganz cool. Wir haben sehr dickes Glas. Real Quality, äh Definitive Quality. Das ist zwar hergestellt in China, aber trotzdem nimmt man noch Quality. Man sieht das Ganze Quecksilber, glaube ich. Also entweder ist es Quecksilber oder ist es einfach nur direkt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das ist. Hier auch, da unten. Aber ich glaube, das ist das Quecksilber. Bin mir aber nicht ganz sicher. Die macht sehr hell. Entschuldigung. Hier war mein Handy. Und ja, danke fürs Ansehen. Und jetzt kommt noch eine ganz billige Energiespuppe ab.